Also es gibt zwei steilere Wegpassagen und ansonsten ist der Weg eigentlich ebenerdig oder so ein bisschen bergab wie hier, also gefällt mir sehr gut. Also durchaus zu empfehlen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo ich dann demnächst den Weg verlassen werde, weil es sind nur vier Kilometer und ich glaube der Abweg waren 3,8 Kilometer, ganz schön lang, aber anders geht es halt nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielen Dank.